Deswegen nennt man diesen Mann den Kaufhauskönig. Danny Benko bricht mit 17 die Schule ab, findet aber schnell eine Goldgrube. Er baut mit einem befreundeten Unternehmer Dachböden aus, die sie dann teurer weiterverkaufen. Durch sein frühes Interesse an Immobilien und dem guten Geschäftssinn, wird der Österreicher Benko dann schon mit 20 Jahren Millionär. Außerdem hat er sich die richtigen Freunde gesucht. Mit der finanziellen Hilfe von Tankstellen-Erben Karl Kovaric gründet er seine eigene Immobilien GmbH. Benko baut Ärztezentren, damals was ziemlich Neues, und investiert in das Kaufhaus Tirol. Das baut er nach dem Shop-and-Shop-Prinzip um. Statt mit der Kohle jetzt ein Leben als Privaté à la Robert Geiss zu führen, kauft er dann noch Immobilien in 1a Lage, Kaufhof und Karstadt, fusioniert die beiden Kaufhäuser und modernisiert sie.